Willkommen in Michelshofen. Ich heiße Sonja Bruder, wohne in Michelshofen und ich kenne mich gut aus. Menschen mit Binderung sollen selber entscheiden, wo sie arbeiten wollen. Ich heiße Eugen Gede und ich arbeite hier bei Fershofen in der Südstadt und das macht mir auch alles Spaß. Fershofen, das ist ein englischer Name, wo Leute, die draußen einen Arbeitsplatz finden sollen, haben dann bei Fershofen ein Partikum gemacht und dann haben sie mich auf einmal ein bisschen eingestellt. Mir tut das gut, zu arbeiten. Also ich arbeite oben an der Kasse oder muss irgendwas anderes machen. Das macht mir Spaß, wenn manche halt nicht sagt, Herr Gede, können wir bitte die Preise ausdrucken oder irgendwas anderes machen. Manche nicht Saubsaugen oder Fenster. Wenn ich das Spiel zusammen mache, das ist egal. Ich habe in den Kunden Kontakt mit mich kennengelernt und das war alles und das finde ich total toll. Ich fühle mich hier wohl. Mit den Kollegen, da kam ich gut mit aus, also mit den Kollegen. Und das macht auch Spaß, mit den Kollegen zu arbeiten. Und das macht alles gerne, dass ich gerne이신gelt. Und das ist egal. Ich werde mich mal zu machen, das ist egal. Aber das ist egal. Ich bin deralsende, das ist egal. Und ich bin der Anfang, das ist für mich in der Herbst expertise. Ich bin der Grund und der Grund für das, das ist egal. Vielen Dank.